Moin Whiskeyfans, Leon von den Maltmariners und heute gibt es ganz viele kleine Mini-Reviews in einem Video. Wir machen nämlich einen Rundflug über die letzten Bottle-Kills. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich mal ein Review, das ich schon sehr, sehr lange vor hatte zu drehen. Also ein Video, auf das ich sehr, sehr viel Bock habe. Und zwar habe ich mich inspirieren lassen von dem guten Schotten Roy von Aquavite. Der macht immer wieder mal so Recycling-Reviews auf seinem YouTube-Kanal. Unfassbar sympathischer Dude. Und ja, ich finde die Idee total gut, weil erstens hat man bei einem Bottle-Kill, also wenn eine Flasche leer ist, natürlich noch einen viel umfangreicheren Eindruck von dem Whiskey gewonnen. Und zum anderen bekommt ihr quasi viele kleine Mini-Reviews in einem Video. Das Video wird sich auch als Podcast eignen. Wenn ihr also das Ganze nur anhören wollt, da wird jetzt nicht so viel Bildmaterial drin vorkommen oder Text, sondern hier geht es, wie gesagt, sehr viel darum, einfach kurz mir die Whiskys anzugucken, die ich in letzter Zeit leer gemacht habe und euch nochmal meine Meinung dazu zu sagen und natürlich auch, ob dieser Whisky für einen Wiederkauf sich eignet. Natürlich muss ich dazu fairerweise auch immer sagen, dass natürlich meine Reviews immer so ein bisschen anders sind als von klassischen Whisky-Reviewern, weil ich natürlich nicht privat die Flaschen kaufe und auch komplett leere, sondern die meisten Whiskys, die ich kaufe, kaufe ich für Tastings. Das heißt, in der Regel habe ich die Whiskys am Anfang probiert, wenn die Flasche neu aufgemacht wird und oft dann sozusagen den letzten Schluck, aber eigentlich fast auch immer mal zwischendrin, so auf der Hälfte ungefähr. Aber das werde ich dann noch mal kurz erwähnen, falls es da irgendwelche Besonderheiten geben sollte. Nur einfach damit ihr quasi Überblick habt, weil ich natürlich nicht jede Flasche komplett von vorne bis hinten leer getrunken habe, sondern damit eben auch professionell arbeite. Aber das ist natürlich auch ein bisschen was anderes, als wenn man die Flasche quasi über einen langen Zeitraum komplett selber probiert. Generell sind ja Whisky-Reviews immer eine Momentaufnahme. Das heißt, jedes Whisky-Review, jede Verkostung, die ich mache, kann ich euch immer noch sagen, wie schmeckt mir der Whisky jetzt genau zu diesem Zeitpunkt. Deswegen bin ich ja auch immer so kritisch bei den Sachen, was ich gegessen habe, weil natürlich, wie ihr wisst, auch das einen großen Einfluss darauf hat. Und ja, deswegen finde ich die Idee von Bottle Kill Reviews sehr, sehr cool, weil man damit einfach noch mal viel umfangreicher über den Whisky sprechen kann. Und weil ich so auch, ich werde heute auch bei einigen Whisky sozusagen noch mal meine Meinung revidieren. Oder manchmal hat sich meine Meinung auch geändert, wenn ich den Whisky dann noch mal probiert habe. Also von daher habe ich richtig Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefällt. Und ja, ihr wisst, wie es ist. Der Algorithmus, jede Watch Time, jeder Daumen, jedes Kommentar ist wie ein Wahlzettel. Also ihr stärkt dieses Video, indem ihr quasi das Ganze guckt und natürlich auch kommentiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Let's go. Schauen wir uns die verschiedenen Flaschen an, die bei mir leer geworden sind und gucken noch mal, resümieren quasi noch mal, was meine aktuelle oder meine aktualisierte Meinung dazu ist. Start mit dem Glen Glassau. Ich hole immer die Flasche. Ihr seht sie schon im Hintergrund. Ich habe hier ganz viele verschiedene Whisky stehen und wir starten mit dem Glen Glassau Sand End oder Sennend oder Sennine. Mir wurde neulich mal von einer Schottin, die dort in der Gegend wohnt, gesagt, dass der Whisky nicht Sand End ausgesprochen wird, weil die Leute in der Region das wohl anders aussprechen. Aber damit wollen wir uns heute nicht aufhalten. Ich habe diesen Whisky geschenkt bekommen damals. Das Video könnt ihr euch gerne auf dem Kanal angucken. Ich habe mir ein Review gemacht von dem Port Soy, von dem Zwölfer und von diesem hier zusammen mit dem Kollegen Tim von Whisky Helden. Liebe Grüße. Und damals im Review ist nämlich, hier haben wir schon die erste Änderung, damals im Review ist der Zwölfer nämlich deutlich besser weggekommen als die anderen beiden. Und mittlerweile gefällt mir der Sennend hier eigentlich von der Reihe am besten. Ich habe den neulich auf dem Balkon noch mal probiert und gegen verkostet gegen einen Nokandu 21. Auch der kommt gleich dran. Und da hat mir der Sennend deutlich, deutlich besser gefallen. Tatsächlich dieser Whisky kostet 45 Euro, hat schöne 50,5 Volumenprozente, ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert und ist deswegen aus meiner Sicht eine Kaufempfehlung. Ich würde ihn mir wahrscheinlich auch wieder kaufen. Auch als Privatperson 45 Euro finde ich für diesen Whisky völlig in Ordnung. Schönes Ding. Kann man wieder machen. Ja, wir machen weiter mit dem Geschwisterchen. Da ist auch noch der Klebchen drauf von der Messe. Wie gesagt, die habe ich damals mitbekommen von Florian Weiß von Kamakisch. Liebe Grüße an der Stelle. Und das ist ein Glenglassau Port Soy. Der ist heavily peated und ist mit weniger überraschenden Portweinfässern drin. Also hier, Pun Intended, Port Soy heißt der Ort oder in der Nähe, wo Glenglassau eben auch steht, die Brennerei. Und ja, das ist die rauchige Waren damit. Port kann eigentlich nichts schief gehen. Der Whisky kostet 55 Euro aktuell. Ist überraschenderweise von den dreien tatsächlich derjenige, der mir am wenigsten gefallen hat. Er hat mir trotzdem gefallen. Ich finde ihn sehr lecker. Ich glaube, für 55 Euro würde ich ihn mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, wenn er irgendwie unter 50 kosten würde. Für 45 oder 40 würde ich es mir wahrscheinlich überlegen. 55 finde ich ein bisschen viel. Aber auch hier für 49,1 Prozent. Nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt. Ich fand ihn schön. Man kann ihn machen. Es ist definitiv kein Reinfall. Wäre jetzt aber glaube ich für mich kein Wiederkauf-Kandidat in dem Fall. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Rauch und Port ist ja an und für sich schon eine sehr, sehr geile Kombination. Ist wahrscheinlich hier eher Geschmackssache, ob man das mag und ob man das Geld ausgeben möchte. Für mich war es ein knapp unterhalb von Wiederkauf. Aber er hat mir schon sehr gut gefallen. Glenglassau Port Soy. Ja, der eben erwähnte Nokandu 21. Auch dazu habe ich glaube ich ein Video gedreht. Ich gucke mal, wie viele Verlinkungen ich euch oben reinpacken kann. Das ist ein Whisky. Der ist glaube ich im Video bei mir relativ gut weggekommen. Und ich muss sagen, dass ich ihn mittlerweile so ein bisschen niedriger einstufe, als ich ihn wahrscheinlich im Video bewertet habe. Ich mache ja keine Noten oder sowas oder gebe auch keine konkreten Bewertungen ab. Ich sage nur einfach, was ich empfinde. Und ich muss sagen, das ist ein leckerer Whisky. Aber ich finde ihn tatsächlich, der kostet immer so 95 bis 100 Euro mittlerweile. Und das ist für 21 Jahre natürlich ein vernünftiger Preis. Aber er schmeckt halt aus meiner Sicht einfach auch nicht wie ein 21 Jahre alter Whisky. Ich sortiere den irgendwo bei 12 bis 15 Jahren. Ein rein vom Geschmackserlebnis. Und so wurde er in dem Blind Tasting, glaube ich, das ich gemacht habe, mit den Kollegen auch bewertet. Da habe ich auch eine Auswertung gemacht. Tatsächlich könnt ihr gerne mal auf den Kanal gucken, falls ich keine Verlinkung reinpacke. Hier Zukunftsleon mal dran denken. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Kandidat für mich so von kann man machen, muss man nicht. Ich würde hier im Zweifel tatsächlich auf jeden Fall zum 18 Jahre alten greifen. Der kostet immer so um die 50, 55 Euro. Und da sind wir beim Preis-Leistungs-Verhältnis definitiv besser. Also der 21er aus meiner Sicht definitiv kein Wiederkauf-Kandidat. Schöne Geschichte, aber muss man nicht machen. Ja, wir bleiben in der höheren Preiskategorie der Kavalan Solist Port. Und zwar haben wir hier das Fass mit der sehr, sehr kurzen Nummer 0101008012A. Bottle No. 30 von 181 und das ist die Variante mit 56,3 Volumenprozent. Eine Vollreifung in einem Port-Weinfass aus Taiwan von der sehr, sehr guten Kavalan Distillery. Diese Flasche ist einfach eine absolute Wucht. Ich habe damit auch immer schon wieder viele, viele Single Malt Scotch-Whiskey-Trinker überzeugen können, dass auch andere Länder guten Whiskey machen. 130 Euro, 120 bis 130 Euro kostet der Kandidat. Man muss leider sagen, er ist es wert. Ist für mich immer ein Wiederkauf-Kandidat. Ich habe diese Flasche schon mehrfach benutzt in Tastings, auch mehrfach immer wieder probiert. Verschiedene Fässer, verschiedene Varianten. Dieser Whiskey ist für mich immer noch eine Benchmark in Sachen Vollreifung in Port-Weinfässern, in Sachen Welt-Whiskey, in Sachen asiatischen Whiskey. Der gehört für mich zur absoluten Premium-Klasse der wiederkaufbaren Whiskys. Und obwohl es ein Einzelfass ist, habe ich hier bisher wenig Varianz in der Qualität feststellen können bei verschiedenen Abfüllungen. Also der Kavalan Solist Port-Cask, der ist für mich wirklich eine Empfehlung und deswegen auch immer einen Wiederkauf wert. Ja, wir gehen weiter und bleiben im Welt-Whiskey. Und zwar sind wir in Amerika bei der Balcones Distillery Balcones Texas Pot Still Bourbon. Der Freund hier hat 46 Volumenprozent, ist kein Straight Bourbon Whiskey, ist also nicht gefärbt logischerweise und damit mindestens vier Jahre alt, wenn das richtig... Müssen wir jetzt nicht hier ins Detail gehen, aber ich vermute mal, es steht hinten nichts übers Alter drauf und bei Straight Whiskey muss der dann ja über vier Jahre alt sein. Genau. Und da der Kollege, den fand ich sehr, sehr spannend. Der ist in der Kategorie sehr kräuterlastige Bourbons. Das ist aus meiner Sicht eher ungewöhnlich, denn Bourbons bewegen sich ja meistens eher so in diesem süß, ja, vanilligen, was haben wir noch so an Aromen, so Kirschlollis habe ich ganz oft bei Bourbon. Das hat der alles auch, aber der ist hinterlegt mit einer sehr kräftigen Kräuternote, ist auch ein bisschen trocken im Abgang und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Den habe ich auch in verschiedenen Stages getrunken. Ich glaube, das ist sogar ein Whiskey, den ich nicht in Tastings verwendet habe, sondern den habe ich, glaube ich, wirklich komplett selber getrunken über das letzte Jahr hinweg. Also hier kann ich auch wirklich sozusagen über jede Phase der Flasche was sagen. Der ist vielfältig, der ist komplex und der kostet immer so um die 40 Euro roundabout. Bisschen mehr kann auch mal sein, aber das ist auf jeden Fall für mich eine Kaufempfehlung. Da habe ich auch kein Review zu gemacht. Auch ein Grund übrigens für diese Bottle Kill Reviews. Da kann ich euch nämlich auch Eindrücke von Whiskys sagen, über die ich kein Video machen konnte oder eben keins gemacht habe. Das hier ist ein Kandidat. 40 Euro finde ich hier einen völlig fairen Preis. Kann man auf jeden Fall machen für Bourbon-Fans und Balkon-Fans. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, den würde ich mir auch wieder kaufen. Ja, ausnahmsweise mal keinen Whiskey. Den schmuckele ich hier einfach mit rein. Taylor's Late Bottle Vintage Jahrgang 2018. Meine Oma ist ein großer Fan von Portweinen. Die gönnt sich auch jeden Abend ein kleines Gläschen. Und diesen Whiskey habe ich ihr jetzt sehr oft geschenkt. Auch den 10 Jahre alten Taylor's, den mag ich sehr gerne. Das ist ein wahnsinnig vollmundiger, sehr fruchtiger Portwein. Der gefällt mir ganz gut. Der kostet immer so roundabout 20 Euro. Und für ein Late Bottle Vintage finde ich das auch in Ordnung. Ich bin jetzt kein Portwein-Experte. Portwein weiße. Aber das ist hier einfach so ein bisschen meine Marke. Der gefällt mir ganz gut. Den wollte ich hier mit reinschmuggeln, weil es auch ein Bottle Kill ist. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Portwein trinkt. Ob das überhaupt in eurem Interesse ist. Aber wie gesagt, deswegen einfach mal kurz hier reingesneakt. Ja, wir bleiben im Welt-Whiskey. Und zwar sind wir bei Glan Amor. Der Celtic Whiskey Company heißen die mittlerweile. Die haben ihren Namen ja mittlerweile angepasst. Glan Amor, wie ich finde, eine wunderschöne, ein wunderschönes Flaschendesign. Und das ist hier ein sehr, sehr spannender Whiskey. Den hatte ich, glaube ich, in einem Blind Whiskey, nee, im Frankreich Whiskey Tasting. Das ist eine sehr spannende Abfüllung. Bourbon Fass Vollreifung mit Warm-Tub-Kondensern in Frankreich destilliert. Quasi im Grunde ähnlich wie Oldschool Scotch Whiskey. Muss ich auch wirklich sagen, der hat immer so ein bisschen was von, ja, so Mordlach Ben Rinnis Flavor, sag ich mal. Nur halt in der Bourbon Fass-Variante. Wunderschönes Emblem hier auf der Flasche drauf. Die Flasche kriegt man nicht wirklich regulär im deutschen Handel. Ich meine, dass ich da für 70 Euro vor Ort in der Brennerei gezahlt habe. Deswegen auch kein eigenes Review dazu, weil das eben sind, das sind eben diese Exoten, die da nicht so wirklich viel Sinn machen, da ein eigenes Review für zu machen, weil man die eben nicht bei uns im Einzelhandel gut bekommen kann. Wenn ihr mal in Frankreich seid, schaut doch gerne mal in der Brennerei vorbei. Die liegen direkt am Meer und der Whiskey ist auf jeden Fall super lecker. Nicht ganz günstig, aber aus meiner Sicht ist es ein spannender Whiskey, gerade wenn man Scotch-Fan ist und mal was anderes probieren möchte. Frankreich ist ja, wie gesagt, eh ein spannendes Land. Ja, dann bleiben wir doch einfach direkt in der Brennerei. Ich habe nämlich da noch einen zweiten Whiskey, ich habe mehrere Whiskys von der Brennerei gekauft, nämlich den Cornoc. Das ist die raurige Version davon und das hier ist quasi jetzt nicht der Standard-Cornoc, sondern ein Single-Cast Pedro Jiménez 20 BDF mit 56,2 Volumenprozenten. Und ja, das ist ein PX-Finish, das war eine absolute Wucht. Wirklich spannendes Ding. Auch den habe ich in der Brennerei gekauft für, ich glaube, 119 Euro damals. Das ist natürlich schon eine Ansage, aber ich fand ihn ehrlich gesagt auch wirklich lecker. Für einen Welt-Whiskey ist das schon eine spannende Geschichte auch. Wie gesagt, hatte ich ja gerade beim Kleiner Moor schon erwähnt. Schaut einfach mal in der Brennerei vorbei. Wenn ihr in der Bretagne unterwegs seid und wenn ihr Whiskey-Fans in der Bretagne seid, dann sollte man sich die Brennerei auf jeden Fall angucken. Natürlich genauso wie Warengempf von Armourique. Dazu kommen wir jetzt, denn das ist der Jeunelais und zwar eine Single-Cask-Edition, also der rauchige Whiskey von Warengempf von Armourique. Die Standardabfüllung hat mich nie ganz so abgeholt. Das ist eben auch mit schottischem Toff-Malz hergestellt und damit schmeckt das für mich ein bisschen standardmäßig. Diese Variante habe ich mir in einem kleinen Lädchen in der Bretagne geschossen für damals 58 Euro. Single-Cask 53,1 Volumenprozentig gefärblich gefiltert und in einem STA fast gereift. Da habe ich mich ein bisschen bequatschen lassen. Als ich den aufgemacht habe, da habe ich sogar ein Video zu gemacht im Wohnmobil. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Und das ist ein Whiskey, der sich jetzt mittlerweile gedreht hat. Da war nämlich die letzte Hälfte ungefähr, also so das erste Drittel. Da musste ich mich so ein bisschen durchkämpfen. Und dann habe ich den relativ viel mit Freunden geteilt, weil ich ihn auch selber privat gekauft habe, habe ich diesen Whiskey auch quasi selbst getrunken, slash mit anderen Leuten zusammen. Und der hat wahnsinnig gewonnen. Der ist deutlich besser geworden und der ist auch sehr süffig geworden am Ende und wurde dann auch sehr, sehr schnell leer. Ich würde ihn, beziehungsweise ich kann ihn mir nicht nachkaufen, weil es ein Einzelfass war, würde ich ihn mir nochmal kaufen. Weiß ich nicht. Nicht für das Geld, glaube ich. Aber ich fand ihn am Ende des Tages dann doch sehr, sehr lecker. Und dementsprechend kann ich Amorik als Brennerei oder Warengemer als Brennerei generell empfehlen. Da muss man einfach reingucken und schauen, ob einem das das Geld wert ist. Ja, Premium-Segment Rauch. Wir gehen zu Bruchleddy. Bruchleddich, das ist wirklich eine Brennerei, die mich gerade die mich wirklich jetzt mittlerweile wieder abgeholt hat. Ich habe jetzt mehrere probiert. Ich habe den OLC probiert, habe ich ein Video dazu gemacht. Ich habe den PAC probiert, habe ich kein Video dazu gemacht. Und ich habe den PNC mit Pomerol-Finish, die erste Badge 2013, mit strammen 54,5 Volumenprozent, natürlich nicht gefärblich, kühlgefiltert. Dieser Whiskey liegt immer irgendwo zwischen 105 und 130 Euro. Muss aber leider gestehen, dass er das Geld wert ist, denn das ist eine absolute Wucht, der auf dreckigen, maritimen Eilerrauch steht. Der kann eigentlich an Port Charlotte mit, also an Bruchleddich mit der Port Charlotte Variante, den Heavy Repeated Varianten, nicht vorbei. Das sind wirklich Bretter und dementsprechend würde ich mir eine von diesen drei Varianten, die ich jetzt probiert habe, jederzeit nachkaufen. Wenn der Geldbeutel das hergibt, kann ich die als Rauchfan wirklich empfehlen. Ganz tolle Dinger. Ja, Diensten 12, wer mich kennt, das ist absolut kein Geheimnis. Das ist ein Whiskey, der bei mir immer im Regal steht. Der wird auch definitiv immer wieder nachgekauft. Dieser Whiskey liegt immer so bei. 45 Euro Roundabout mit seinen 46,3 Volumenprozenten. Ist das eine meiner persönlichen Favoriten im Bereich Single Malt Scotch Whiskey auf Bourbon Fass Basis gereift. Der ist einfach so was von unfassbar lecker. Cremig, vollmundig, nussig, Honig, Vanille, 4 Days. Also da ist wirklich alles drin, was man in einem guten Scotch haben möchte, in einem guten Single Malt. Und dieser Whiskey gehört aus meiner Sicht in jedes Barfach von jedem Single Malt Nerd, von jedem Single Malt Fan. Damit kannst du sowohl Fortgeschrittene als auch Einsteiger abholen. Und das ist einfach aus meiner Sicht eine absolute Bank. Wiederkauf wird sowieso stattfinden und ist eine ganz große Empfehlung aus meiner Sicht. Jo, der Q-Bocken oder Q-Bocken Single Malt von Tomatin. Eine leicht rauchige Version der Signature in dieser Variante. Ist gerade erst das Video rausgekommen. Hatte ich ja schon erwähnt. Das ist ein Whiskey. Den kann man machen. Den finde ich okay. Muss man nicht unbedingt machen. Ich schaue mal eben kurz, damit ich hier keinen Quatsch erzähle, wie die aktuelle Preisrange ist. Da sieht man auch, wie gut mein Gedächtnis ist. Genau, ca. 40 Euro kostet der. Das ist in Ordnung. Ich finde ihn ein bisschen generisch. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe andere Whiskys, die ein ähnliches Profil haben. Diensten 12 beispielsweise geht auch in eine ähnliche Richtung. Der hat angeblich ein bisschen Rauch. Ich habe den Rauch nicht wirklich wahrgenommen im Video, muss ich sagen. Er schlägt ganz klar in die Kerbe. Süß-malzig, leichte Heunoten. Also so ein bisschen Trockenheit. Alles in allem ist es ein vernünftiger Whiskey. Eigentlich muss man, eigentlich ist generisch gemein gesagt, es ist halt ein sehr klassischer Single-Malt Scotch. 40 Euro ist völlig in Ordnung. Kann man machen. Ja, wieder kaufen würde ich mir diesen Whiskey, glaube ich, nicht. Ich würde, wenn, dann nochmal eine andere Variante von Q-Bockern probieren. Ich mag Tomatin als Brennerei generell sehr gerne. Ich fand den völlig in Ordnung. Als Abend-Dram am Lagerfeuer kann man den definitiv machen. Ja, ich glaube, nochmal kaufen würde ich ihn mir nicht. Ich bin aber auch einfach jemand, wenn ich, ich kaufe mir im Zweifel halt immer einen neuen Whiskey, weil ich immer neue Sachen probieren will. Deswegen ist das Thema Wiederkauf, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bei mir eh so ein bisschen schwierig. Und deswegen bin ich da wahrscheinlich auch keine wirklich gute Referenz, weil ich eben auch keinen, weil ich die meisten Whiskeys eben auch gar nicht privat kaufe. Aber vielleicht interessiert euch ja meine Meinung trotzdem. Man weiß es nicht. So, ja, der Few Bourbon mit 46,5 Volumenprozent. Hier steht noch Straight Whiskey drauf. Bei den anderen Abfüllungen, bei den neuen Abfüllungen steht es nicht mehr drauf. Ich hoffe, da ändert sich in der Qualität nichts. Ja, bei diesem Whiskey kann ich ganz einfach sagen, den werde ich mir nicht nachkaufen. Den habe ich mir bereits nachgekauft. Da steht nämlich eine offene und eine volle Pulle auch noch oben. Das ist die Variante, die bei meiner Freundin im Regal stand. Wir lieben diesen Whiskey beide abgöttisch. Der kostet immer um sie 55 Euro. Das ist für einen Bourbon auf jeden Fall kein ganz günstiger Preis. Ich muss aber sagen, mir ist es das persönlich wert. Ich werde diesen Whiskey immer nachkaufen, weil ich den wahnsinnig süffig finde. Der ist sehr vollmundig. Hat eine schöne, hat schöne Gewurznoten. Viel, viel Vanille, viel Cremigkeit. Auch eine leichte, minimale Kräuternote. Kommt aus Chicago, also aus der gleichen Stadt wie auch Kowal. Ist nicht die gleiche Brennerei, aber wie gesagt gleiche Area. Und man kann tatsächlich eine leichte Parallele zwischen diesen beiden Distillen erkennen. Mir hat der sehr gut gefallen und der kommt bei mir auch auf jeden Fall in den Recall. Beziehungsweise ist er schon längst. So und hier nochmal ein Whiskey, der auch definitiv nicht ein eigenes Review bekommen würde, weil es ein UK Exclusive ist. Den habe ich mir in Schottland im Urlaub gekauft. Das ist der Glen Moray Warehouse Number One Oloroso Fully Matured. 2014 die Edition mit 1950 Flaschen. Er hat stramme 60 Volumen Prozent. Ist natürlich nicht gefärbt und nicht gefiltert, was bei Glen Moray nicht üblich ist. Aber bei diesen Exclusive Abfüllungen ist das eine schöne Sache. Den hatte ich in einem meiner letzten Online-Tastings drin. Auch zum Thema Online-Tastings. Stay tuned. Es wird bald Neuigkeiten geben. Das wird aber dann wahrscheinlich ein eigenes Video nochmal. Aber auf jeden Fall bin ich da gerade in der Mache. Da ist einiges am sich bewegen. Genau, also immer schön ein Auge auf dem Kanal haben und so. Das war eine absolute kranke Granate. Also den hatte ich auch bei Jason in den Charity Stream gepackt. Ich freue mich sehr, dass der da ganz gut rausgegangen ist. Dieser Whiskey hat in Schottland damals 75 Pfund gekostet, was ich echt völlig in Ordnung finde. Das ist ein, ich glaube, acht oder neun Jahre altes Single, nicht Single-Cask, acht oder neun Jahre alt. Habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel. Aber ja, das ist einfach Olo Rosso Vollreifung in Reinstform. Also das war einfach Mango, Chili, Chutney, Johannesbeeren, sämtliche rote Früchte einmal durch die ganze Bank durch. Ein wahnsinnig krasses Teil. Preis-Leistung finde ich völlig in Ordnung und hier zeigt eben Glenmory auch mal, was sie können. Ist in Deutschland der Regulier natürlich nicht erhältlich, aber ja, vielleicht findet ihr Mittel und Wege da ranzukommen. Ich fand es toll und ich würde, ich habe den auch wieder gekauft. Also ich habe auch noch eine Flasche hier stehen. Dementsprechend ist da mein Urteil schon gefallen. Wiederkauf aus meiner Sicht ja. So, und der letzte im Bunde ist der Diensten 10 Jahre Bordeaux Cask Finish. Ja, auch hier muss ich sagen, der, was ist das, Moment, jetzt muss ich ganz kurz mal luschern, der kostet immer so um die 50 Euro. Der war früher sehr, sehr günstig. Der hat, glaube ich, bei 35, 40 Euro angefangen, ist mittlerweile in die 50 Euro Etage geklettert. Ich muss sagen, ich finde ihn gerade noch so wiederkaufbar. Ich finde ihn super, super lecker. Also dieser schön der Diensten mischt sich hier halt einfach sehr stark mit diesem stark fruchtigen, rotfruchtigen Weinkarakter. Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Meine Freundin, die sehr großer Dienstenfan ist, die hat so ein bisschen bemängelt, dass man hier den Dienstencharakter nicht mehr ganz so gut rausschmeckt, weil das Weinfass hier dann doch sehr kräftig durchkommt. Ja, das hat auf jeden Fall, haben wir eine unterschiedliche Meinung. Ich fand ihn sehr lecker. Ich fand ihn sehr angenehm. Man kann den gut wegstüffeln. 50 Euro für einen zehn Jahre alten Whisky mit einem Weinfass-Finish. Ja, das ist eine Ansage, aber ich denke, man kann das machen. Gerade wenn man kleiner Dienstenfanboy ist, so riesen ist die Range ja nicht von der Brennerei. Also die Core Range, was die also sozusagen anbieten in ihrer Standardausführung. Deswegen finde ich es ganz schön, dass sie den auf dem Markt haben. Ja, und ich hoffe, dass der auch noch eine ganze Weile bleiben wird. Und ja, damit schließe ich sozusagen hier mein Bottlekill Review. Werde jetzt mal einen ganzen Haufen Flaschen zum Altglas bringen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Videos auch gut findet, ob ihr da Bock drauf habt. Ich werde ja dann auch die Reaktionen sehen, sozusagen, wie gut so ein Video ankommt. Ich persönlich als Whisky-Fan und als Reviewer findet es total gut, weil man einfach wirklich einen großen Überblick bekommt über verschiedene Abfüllungen. Eben auch über Abfüllungen, die nicht als eigenes Review auf dem Kanal landen, weil dafür einfach die Zeit nicht ist. Genau, mal gucken, wie das in Zukunft weitergeht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude daran. Und genau, wir sehen uns in den Kommentaren. Ich sage wie immer, bis später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.